Also wenn jetzt so Jungs, also freche Jungs, wie Jungs nun mal so sind, so in der Pubertät, sagen wir mal, wenn die jetzt Mädchen imponieren wollen, dann können die dann am besten im Schwimmbad. Dann stellen die sich da an den Beckenrand oder noch besser auf den Startblock oder auf den Einer und dann springen die so hoch, wie sie können und bevor sie eintauchen, ziehen sie ein Knie an und lassen sich dann mit den Füßen um den Hintern fast gleichzeitig in Wasser fallen. Damit dein Wasser auch dein richtiger Mädel aber so richtig nass macht. Gut, dann kreischen die Mädels und nichts macht den Jungs mehr Spaß, als wenn die Mädels kreischen. Ja und wie heißt diese Übung? Das ist eine Arschbombe.